der beginn eines legendären let's play startet im endlos modus mario eines schmalen seit wenn ihr dementsprechend gutes internet habt ja dann seid ihr gerne eingeladen mit überhaupt einer kommt im endlos projekt das wird immer auf diesem kanal präsent sein und dementsprechend willkommen ja mit dabei ist der laker mein nintendo kumpel und der kommentator er macht die halbzeit eigentlich müsste ich auch mal wieder mal zugucken dann kannst du ein bisschen ein auf kommentator machen wäre doch mal was oder sie mir ruhe oder gleich einer aufs maul mir ich muss erst mal wissen wir wie die steuerung geht müssen wir aufs maul hauen komm her ms kirschen begeistert die schau dir aufs maul zweihundertfünfzig kilo treffen wir müssen in jeder nintendo session musste immer der dieser erwähnt werden welcher typ denn ne ich weiß doch ganz genau wir müssen rein gar nicht die kann ich noch mal hochspielen so leuchte jetzt gleich ich gucke mal ich gucke mal ja das war nicht richtig aber schon frage mich wieso du hast du Glück hast dass deine scheißspieler jedes mal einen perfekten stelle und da ist das erste tor gefallen meine lieben freunde wir spielen ja profi fußball auf profi niveau die wehr niveau das denn für ein geiler scheiß ja geil du hast doch immer diese blöden abfallertore ist ja doch einmal lächerlich tor nummer zwei ist gefallen denn simi hast du aber auch wenn man sich die bieten ist und die dritte der qualitäts und den von die immer direkt ist mal warum ein ein donky donky ein vollkommen ich bin das meinte immer nur diese tun wenn jemand zu dir zurückfliegen das ist halt so geil jetzt ist es ein Cheater hier das ist ja wie in dem Apfel wie viele Alten kriegst du eigentlich haha ja wirklich oh Gott, nein oh Gott oh Gott, nein oh Gott, nein oh und irgendwann spielen wir auch noch Mario äh 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 Basketball dein Ahn los oh ich hab mich selber geeist Junge Schand über mich Simi Schand über mein Haupt ja ich halte alle direkt von mir aus ja ich nutze die Spielmechanik Junge nein nein mach doch bitte danke du Simi war Nazi-Sau das ist random mäßige Gedöns sei jetzt pass ich hoch magst du das? bam junge bam hau ihn rein magst du das random hafte? ne das mag ich nicht so warum das nicht zum Spiel beiträgt wenn du siehst du siehst du siehst woher ging ab der 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 Tor gemacht ist der Tor gemacht ist der Schicksalte 4 zu äh 2 für mich 4 zu 2 4 zu 2 4 zu 2 da kam er aus wie aus dem Nichts alter ja direkt überspringen was ist das? oh geil 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 komm schon und du willst mir zeigen ich meine wenn man braucht das wäre schlimm ich hab ne Donkey Kong nachgemacht Alter Gottfuck ja klar ich hab ihn geschossen ich hab ihn geschossen ich hab ihn geschossen ja wieder vollkommen abseits stehen schießt ich hab ihn auch schon rein das ist so ein Wohlschitt das ist so ein Wohlschitt Zini Zini ja so ein Wohlschub ich verliere jetzt nicht du verlierst den Lacka verliert der hat sich rein du verlierst sei jetzt mal fast ja wundervoll aber die indem du diesen Moment vor demперв Schießt hast du schon mal laut gefurzt den Qualitätsspiel schon wieder nein bitte nicht bin ich nicht das Alte Zini das wird eh nichts mehr Lacka das wird eh nichts mehr vergisst es die ist es weil sie genau so wie du und so er hat er es in der ersten Stadt sieben ich werde das ist ein Bullshit das sind das sind sie mit der mann eben ist es ist liebisches Tor war es gewesen die müssen zählt mit so ist das und dann zählt mit dem bist du als erster und ist ein Geschmarrn nicht Ja, aber es war ja klar, du schießt da einfach wieder random power auf die Zorne. Ich kann da mal wieder aus den besten Winkeln schießen, während der Torwart gar nicht im Torstehen trifft. Das Skill. So, 8 zu 3 in der ersten Runde für mich. Das hat alles ganz bestimmt nichts mit Skill zu tun. Die erste Runde habe ich schon mal gewonnen. Da, follow direkt noch mehr. Wow, ich bin selber angeheizt. Na man, jetzt ist mir mein Tor versaut. Nein, Mann. Simi. Du bist eine Zirkwitte. Was willst du von mir? Du bist eine Zirkwitte. Bitte. Was ist das? Dass du mich herauszünden, außer du bist. Du googelst es. Aber da geht jedes Virenprogramm an. Mei, ich muss mal wieder ein Tor ballern. Hier ist doch kein Tor gefallen, Daniel. Glaubst du es denn? Geh mal weg mit deinen Toren. Oh, Junge, was ist denn hier los? Du willst doch nur Roberts Schwester für dich haben. Das hat das eine mit dem anderen zu tun. Also... Also... Ich bin für den Stünnschiss hier labert. Jetzt kriegst du ja jedes Item in den Arsch. Hauptsache einfach Bullshit labern und semi-vermieren. Das hat man wenigstens ein Tor werden können. Extrem problematisch. Hat rausgefunden. Ganz schön viel Bananen gerade nicht. Später aber erst... Mach mal erst mal mit dem. Das ist genau vor dem Tor. Ich stand genau vor dem Tor. Du kannst mir nicht erzählen, dass der den hält. So ein Schwachsinn. So ein Schwachsinn. So ein Schwachsinn. Niemals. Niemals. Kannst du das Stream Robber? Ja, was ist das? Ach... Na, gewisse Runde... Ne, die, Robert, die... Ja, wenn ein Tor fällt, vielleicht... Ah, deswegen muss ich immer nur einmal aufs Tor schießen. Ich stehe noch vor dem Tor, der geht nicht rein. Nein, ich wollte doch abspielen, Mensch. Wie hat er das nicht getan? Na, das ist der aber jetzt sicher das Tor. Ja, Volker Zahn. Schenken mir die auch mal ein Tor. Das ist ja mal viel entspannter gerade die Runde. Ja, ja. Ich bin Niemals. Das ist mal 8, kein 8 zu 3 auf jeden Fall. Hättest du aber verdient. Tja, ausgetrickst, dann bitte ich. Wer ist DK, wer ist Vardio? Ich bin DK. Du bist dick. Du bist dick. Ich bin der, der gerade ein Tor gemacht hat. Ja, das habe ich gesehen. Simi, du musst dich mal anstrengen. Alter, was war das für Move, Alter? Was war das für Move? Was war das für Move? Was war das für Move? Der Move-Fall ist ja immer mega geil. So durch die Zeit... Wow! Dass der nicht reingegangen ist. Das ist ja nicht reingegangen. Scheiße. Scheiße. Achso! Und du kannst einfach hunnen? Nein! Jo! Nein! Was? 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 So ein Lacka Delacka. Sie ganzen Items immer. Die Nerven, ne? Semmy, die Nerven, ne? Die Nerven, ne? Die Nerven, ne? Normal Fußball würde sowas eigentlich existieren. Nein, was ist dein netzchen wieder hier, Mann? Hö, Scheiße, in einem das passiert immer, ne? Du kannst nicht davon reden, Nalka, du hast am meisten Glück bisher. Ja, ich hab jetzt so nötig gesehen. Oh, Junge. Alter, what the f... Oh, was ist denn hier los? Ich hab gar keine Chance davon. Das ist Vietnam, Simi, das ist Vietnam. Komm nicht nach vorne. Das war mal, das hat so n Lack... Der hat n Lacksschuhe gefressen. Ma, ich hab keinen Spieler hier. Du kriegst jetzt schon sterben. Ja, wirklich. Ist klar, ist klar. So verdient. Na, du hast mich jetzt grad beleidigt, ich hab dir gar nichts getan. Ja, ja. Meine Fresse. Robert leidigt jeden. Löscht dich, so wie, löscht dich. Für letzte Runde. Hä? Hallo, was ist das denn, du? Was ist das denn, du? Okay, das war's. Aber gutes Tor, hast du mal verdient hier. Das ist gut gemacht, ne? Ja. Da. Meine Güte. Robert kann eh nur cheepen. Wie bei Monster Hunter. Wie bei Monster Hunter. Na vorne. Singt hier nicht mal von der Distanz aus. Hahahaha. Vergessen. Wow. Das war ja... das war ja... die war ja tatsächlich gerade ganz schlau gewesen. vor allem meine Fresse das ist ein Wölscher-Solvenz sogar ein für das so ein Ziel so als erlangen und umgebracht wird sie nicht stattdessen und das mal spielen wo er ist der ganz normal aufs Torrein oder der Eier gar nicht existent der Städte der Eier und Unterlegung mal in der neuen Welt ja wenn sie in Fassburg sind es war jetzt eigentlich immer wieder sicher machen wenn sich durch das 14 oder 12 was hat so schlecht nicht sie mir ist wie schlau und klug es ist schwierig in dem Moment gerade wenn Torwart ist unnächtig 1 was ist denn das ein Tor gewesen in der Verkaufung Liederländler und an den Vorhaben das war ein bisschen ich anfängt wird immer mit dem Stuhl in der Haltung und Roboter waren vor allem wer wird auch immer gleich wieder an er hat sich selber gefoult Was war das denn jetzt für'n Scheiß-Move von dir? Das war schlecht einfach nur. So, Toys drin. Oh Mann, was sind das denn für Tore hier? Gute Tore. Man weiß einfach, wann sie mir ein Tor kassiert. Was macht ihr? Was war das? Du hast drei Bananen. Da vorne. Oh Junge. Er hat schon wieder fünf Items, der Robert. Du musst aufholen. Ja, mit den Items kann Robert dich ausschlachten. Boah, der war geil abgewehrt. Da rollt direkt nach vorne der Scheiß-Ball, Mann. Der Ball ist dran schuld. Der Ball ist dran schuld. Junge. Eieieiei. Eieieiei. Das muss man noch machen, ne? Können Sie es merken. Ich bin mir ends. bei ihm fliegen die beiden Wellen immer nach vorne, bei dem der hinten immer bei ihm mit dem Strafraum, du, das ist halt so ein Wurzel. Du bist auch besser, Simi, du hast zwei Alten, vergesst es nicht. Da kommt das Beinig. Oh, Junge, was war das denn schon wieder? Oh, Bowser. Bowser, das erleben dürfen. Nein, der wird, der kommt rein. Oh, Junge. Wie Simi dich outplayed hat. Oh, mein Gott, hat der dich outplayed. Oh, mein Gott, hat Simi dich outplayed. Bowser kommt schon wieder. Ich habe gerade mal eine Bananen-Armee aufgebaut. Bananasplit, Bananasplit. Der Bowser kommt gleich wieder. Split-decision bei Bowser. Warum kommt immer Bowser? Kommt nur manchmal, wenn es knapp auf knapp ist. Scheiße, komm schon. Okay. Nein. Fuck, Mann. Bowser kommt gleich wieder. Aber was geht denn hier ab, Mann? Bowser hat schon gehumpelt. Bowser hat gehumpelt. Bowser hat gehumpelt. Was geht denn hier? Kommt schon, mach ihn rein. Hallo, Lino, zum Ball. Warum gehen wir nicht zum Ball, der blöde Schuh? Ja, was soll der machen bei so einer Strong-Arme-Laputa-Madre? Alter, es liegt in der Bombe, Alter. Junge, da fault mich ja nur. Hm, ja. Nein! Junge, nein! Wie dumm! Wie dumm war das denn? Er bleibt einfach stimmig einfrieren. Er wollte mit Lalka kuscheln. Das war ja auch genau so ein Club von Robert. Junge, 2-2. Also, es ist echt ein sehr knappes und enges Match. Es war eben eng. Eng hat er gesagt. Er hat eng gesagt. Nein, nein, nein. Ja, komm, komm schon. Was? Ja! Ist das alles möglich? Ich schieße wieder einmal aufs Tor, ey. Was? Oh mein Gott. Komm schon, Junge! Ja, hallo! Nein! Ja, komm! Jaaa! Jaaa! Bitte kein Tor! Bitte kein Tor! Bitte kein Tor! Bitte kein Tor! Waffe, Robert! Ich gönne sie mich! Oh nein! Golden Goal! Golden Goal! Scheiße, Mann! Oh, Junge! Junge! Ja, das mal wegschießen, ja? Den mach jetzt rein! Caiat,ибk! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Jaaa, so ne Scheißeexist! Jaaaa! Oh, das ist so geil, oh ja. Oh mein Gott, Simi hat ihn zerstört. Ich meine, am Ende muss man einfach wieder gucken, wie viele Torschüsse ich gemacht habe, wie viele er gemacht hat. Ich glaube, Simi hat mehr gemacht. Nein, ich habe immer mehr gemacht. Ja, er trifft trotzdem öfter als Ivar Oma. Nee, er hat mehr aufs Tor geschossen. Ja, sieht man. Aber ich habe gewonnen, und das zählt. Du hattest genauso viele Torschüsse wie eben. Und Simi auch. Ja, aber 37 Torschüsse, er hat 14. Ja, wie eben. Leute, das war eine spannende Runde. Bis zum nächsten Mal, tschüss. Jaaaa! Das ist nicht normal.